Ja, mal wieder ein schweres Schicksalsschlag. Drei Tage später. Okay, hänge Foto an die... Da steht hänge Foto an die. Achso, hänge Foto an die Wand. Hm. Jetzt David auch noch. Beide, Gabe und Mariana. Ich bin froh, dass du mir hilfst, Javi. Aber ich kann nicht stoppen, wie Dinge anders sein könnten, wenn du nicht... Vielleicht, Gabe, nicht mit Mariana sein würde. Sie verdienen besser, Javi. Besser als wir. Gabe. Sie waren meine Verantwortung. Sie sind tot wegen mir. Wir sind alle zu schulden. Nicht nur du. Ich telle aber nicht. Was passiert nun? Wie viel救 beides gelekt? Der boom kann zurück ... Ich bin wieder zurück. Aber noch, ich fühle mich besser hier, als ich in einer alten Valle auf der Straße mit keinen Strecke. Wir haben das geschafft, Javi. Wir haben das geschafft, fühlst dich in der Ruhe. Wir beginnen eine Familie. Du und ich. Ein neues Start. Was sagst du? Du gehst. Wir beginnen eine Familie. Du denkst nicht, dass es sich selbst ist? Es ist nicht der safesten Welt außerhalb der Richmond. Oder in der Welt, die Wahrheit zu sagen. So lange ich dich habe, ich bin nicht zu schmerzen. Wir werden da oben sein, bevor wir es wissen. Ich weiß es nicht. Es ist besser etwas wertvolles. In der Zwischenzeit. Okay. Und was wird Clementine? Was wird ihr? Oh, es sieht ja schon aufgeräumt aus. Sieht ja sauber aus. Mensch. Schön. Kinder spielen wieder auf den Straßen. Ist das schön. Und da ist Jesus. Ja. Ja. Ich bin sicher, dass es gibt. Aber wir haben andere Menschen, auf uns, Javi. Just wie es ist. Ich bin über dich, Javi. Über die du bist. Über die du bist. Du hast diese Leute, aber das ist ein sehr weit weg. Das ist ein sehr weit weg für mich. Die Schmerzen sind in kurzen. Das ist das, was dieses Ort ist, wenn du es lässt. Aber glaubst du mir. Leben in den Städten ist viel anders als Leben auf der Straße. Keine Steine, wie Joan. Du musst das richtig machen. Immer. Gute Tage, und besonders schlecht. Absolut. Das ist die richtige Sache. Nichts egal, was. Gut zu hören. Ich kenne die Leute ziemlich gut. Ein kleiner Schmerz von mir. Du bist ein wunderschön, Javi. Die Veränderung ist in der Luft hier. Du kannst das Veränderung führen. Und ich denke, du solltest. Für die bessere. Gott weiß, diese Stadt könnte es nutzen. Du wißt du was? Ich werde das Veränderungen führen. Leer diesen Ort in die richtige Richtung. Dann, wie ich bin, Richmond ist in viel besser hands als es war. Ich bin ein Führer von Richmond. Und da ist Clementine. Oh, yeah. Ich bin ein Führer von Richmond. Ich bin ein Führer von hier. Ich bin ein Führer von Ihnen. Ich bin ein Führer von Ihnen. Tell me, where? You know Clem won't rest until she finds AJ. Where is he? Please, man. For her sake. He's at McCarroll Ranch. It's not too far from here. That's... that's where we left him, at least. Thank you. Good luck out there, Doctor. So you're out of here too, huh? Yeah. It's time. I have to find AJ Javi. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? I used to do this for my niece. That's nice of you. She thought I was terrible at her. Is that you? Make your business. That's a great one. I have to see AJ Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? At least a little? Who could forget you, Clem? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. But... I can't stop thinking about it. I really wish I could. It's not about good or not good. You kept him alive. You did your job. Until someone else had to do it for me. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up, too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it... How? I'd really like to tell you that it... Fades away and you just... You get over it. But... When you really love it... You never do. Not really. Yeah. That sounds about right. All done. Well... How's it look? You know what? I'll grab your hat. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back... And I'll tell you all about it. It's a deal. If... I bring AJ back with me... Will you teach him, too? You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Okay. Now they are inside. You have to go. What's going on here? It's a lot of... You know what? I'll see you again. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. This, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. You're sorry. That's it. That's it. You're sorry. I'm sorry. so ob sie aj finden wird man weiß es nicht aber es könnte sein dass daraus noch mal ein walking der teil entsteht und das war es dann auch schon mit dem gar nicht kommen bis 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich will dich, AJ. So, da haben wir ja schon gesehen, das ist ja schon fast ein Spoiler darauf, dass ja noch ein Teil mit Clementine kommen wird, ich freue mich drauf, ich freue mich jetzt schon drauf, das war auf jeden Fall The Walking Dead, A New Frontier, Episode 5 ist zu Ende, ich hoffe ihr hattet Spaß damit, so wie ich, es war sehr, sehr amüsant, sehr, teilweise zwiespätig, will ich mal nicht sagen, aber sehr, sehr viel Trauer drin, weil so viele Menschen, die dem Spielercharakter was bedeuten, alle irgendwie doch gestorben sind, und, ja, es sind Freundschaften entstanden, es ist vieles passiert in der Geschichte, ich hatte auf jeden Fall jede Menge Spaß mit dem Projekt, und, äh, ich hoffe ihr hattet auch was Spaß beim Zuschauen, ihr könnt ja gerne Kommentare da lassen, ein Abo oder ein Like, auf jeden Fall wünsche ich euch bis dahin, alles Gute, auf Wiedersehen, und Tödeloo!